Ich will dir von einem Traum erzählen, den ich letzte Nacht hatte. In meinem Traum hatte sich das Zischen aus diesem Gefängnis befreit, diesem Haus. Zuerst dachten viele, dass es schrecklich sei. Aber dann wollten viele das Zischen willkommen heißen. Lustig. Und an mehr erinnere ich mich nicht. Das ist ein Ordinary Song. Und an mehr erinnere ich mich nicht. Das ist ein Ordinary Song. Das ist ein Ordinary Song. Untertitelung des ZDF, 2020